Wir machen weiter mit dem hier und ich bin froh, dass es noch kein oberkörperfreies Kostüm gibt. Mit dem bin ich unerwartet gut, aber wer mit seinem Charakter Mühe hat, ist selber schuld. Aber ich hasse ihn trotzdem. Gut! Janli! Und es ist wohl nicht zu merken, dass man mit dem nicht viel können muss. Nein, mir geht es gut. Ich hasse nur solche Charakterien. Da muss man eigentlich nichts können. Ich bin weder Bruce Lee Fan noch Fan von solchen Klappspaden. Aber... Egal! Wow! Ich zum Beispiel blase die Kerzen gerne aus. Ich lasse mir auch gerne die Kerze ausblasen. Ich meine, ich meine, ja, ich habe nicht so gerne Kerzen, aber lieber ein elektrisches Licht. Das haben wir natürlich damit gemeint. Was habt ihr denn jetzt gedacht? Ja, 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 ja. Also Moves hat er gut. Also nicht falsch verstehen. So, wir gehen mal ein bisschen eines Eis. Sag und... Und Janli ist eigentlich eine interessante Mischung. Also mit Janli habt ihr eigentlich keine Probleme. Was ihr auch sicher schon gemerkt habt, wenn ihr meinem Spielstil folgt. So, Leon, mal sehen, wie sie ist mit dem hier. Ja, schon mal besser. Guckst du noch mal? Ja, er fällt voll drauf rein. Okay, ich fall auf seinen Konter-Move rein. Du kannst einfach nerven, weißt du das? Ja, der ist eine Spezialität, der sich einen in die Luft zu befordern und dort knallhart zu bashen. Was machen ich? Sie haben ja ewig Versuche. Also was soll's. Sorry. Ich muss ihn einfach hören. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann das kein Stück ernst nehmen, was der hier abzieht. Na, Leon. Autsch. Also das ist mein Genick. Ey, das ist mein Genick. Du Arsch. Da ist nichts genützt. Ich sag's nochmal, wenn Leon den besiegt, ist mir das echt egal. Aber ich habe ihn besiegt. Ich habe ja nie recht gegeben. Ja, 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 ja. So, es ist genug. Brav, Hayabusa. Ja, der heißt Hayabusa. 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 Wirklich. Ach ja, ich bin ja... Ich drück mich gar nicht, als ob ich links stehen würde. Das hat 15 hier kein Move, wie ich will. Aber Hayabusa, hast mir ja nichts zu melden. Das ist was zu melden. Deine eigenen Timeline. Autsch. Das war ein geiler Kontext. Hat er, hat er, hat er. So. Da braucht man keine Schläge auf den Kopf. Bei Yanli bekommt man auch sonst schon Kopfschmerzen, ne? Ja, 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 ja. Fuchtel halt herum. Hamper, Mann. Wer ist unser Gegner? Oh, krass. Oh, wie nett. Da ist er zu, net. Autsch. Das war geiler Kontext. Das muss ich dir recht geben. So. Zu spät. Äh, ich kann nicht hier einen Move machen, aber gut. Ja. Das war krass. Das war krass. Ey. Voll wies. Voll gut gekommen, das, ey. Applaus, Applaus. Applaus, 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 Applaus. So, komm. Komm her. Nein, nicht so. Nicht so. Wuddo, Wuddo. Wadda, Wadda. Genau, Wadda, Wadda. Wudu, Wudu. Hili, Hili. Hala, Hala. Nein, das war zu füß. Das war zu füß. Ich wollte sagen füß und füß. Das war zu füß. Das ist füß. Was ist denn füß? Das ist füß. Füß und füß. Ich wollte füß und füß sagen. Sag mal füß. Das ist füß. Mach! So, und den haben wir jetzt. Oh, Holi Feng. Hallo. Ja, selber. Gesundheit. Hiteritadududududududududududu. Out. Out. Wutda! Komm nochmal, Wutda! Nochmal! Wutdi! Ne, irgendwas nicht geklappt. Ja, das ist ja zweierer Pendant, aber nicht halb so nervig. Nein! Na, ich wollte doch Konten. Die geben mir aber auch gar nichts. Ja, ja, ja. Das war doch geil, oder? Kann ich ja nichts sagen. Nein! Schade! Kannst ja eigentlich mal Konten, oder was? Bist ja auch zu blöd. Das war jetzt geil von ihr. Einfach mal, mich herumdrehen. Zieh! Die Zeugtie war mir wichtig, ey. Sorry! Knapp! Oder auch nicht. Doch, Wagner. Kann man so unterschreiben. So, selber Boa. Jetzt geht's weiter! Mit Tengu! Da bin ich jetzt gespannt. Geht bereit! Geht bereit! Nein, nein, nein! Nein, das war klar. Nein, das war klar. Nein, das war klar. Das war auch klar. Äh, ich seh nix, aber... Das ist nicht das Problem hier. Danke. Danke schön. Ja, selber Cola. Ja, selber Cola. Äh, ja. Greif mich einfach mal. Vielleicht auch mal? Der lässt nicht so nützlich spaßen, merk ich grad. Na. Toll. Äh! Entschuldigung. Das war klar. Na gut! Wir haben noch Versuche, ne? Ich hab jetzt. Ich hab jetzt das Besseres ihn sehen. Ist ja gut. Geht's jetzt zurück. Ich versuch's jetzt mal so. Besser kann ich mit ihm nicht kämpfen. Nein! Hör auf damit. Ja, ja, ja. Ho, ho, ho. Das ist ein Weihnachtsmann. Ja, komm besser. Wow! Hat funktioniert. Hat funktioniert. Aber es funktioniert. Kein... Nein, ich hab falsch gedrückt. Ich hab falsch gedrückt. Ein Knopf zu wenig gedrückt. Ich warte ab. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Ja, komm jetzt. Kai, schalte dich mal ein, bitte. Das funktioniert sogar. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Das weisst du auch. Ich lass mir Zeit. Ach, jetzt haben wir mal ein bisschen... Ah, nee. Fast. Nein. Schade. Besiegt ist besiegt. Puh. Das war der Nervix hier irgendwie. Oh, nö. Oh, nö. Machst du noch auf Superstar, oder was? Geh zu Polen. Ja, hallo. Bedeut. Nein, das war nicht Polen. Sorry. Konnt ihr mal halbwegs erträglich nachäffen. Aber... Gut. Das solltet es auch ein Kostüm gegeben haben. Ja. Und zwar... Ich glaube, wir haben schon die heftigen Charaktere durch. Gefühlt nicht lange gehabt. Bis jetzt. Okay. Wir haben noch ein Kostüm. Und zwar... Okay. Sportsman.